Die Idee kam so, ich hatte keinen Namen für diesen Laden und dann habe ich in Berlin drei Restaurante aufgemacht. Eine heißt Osteria Nr. 1, die andere heißt Barcentrale und diese heißt Sale Tabacchi. In jedem Dorf in Italien gibt es eine Osteria, eine Barcentrale und eine Sale Tabacchi, mindestens eine. Und deswegen habe ich einfach gemacht, was in Italien schon lange normal ist, eine Osteria zu haben, eine Sale Tabacchi und eine Barcentrale. In der Mitte der Piazza in Italien gibt es immer eine Barcentrale. Und so ist die Idee von Sale Tabacchi, genau durch Italien untersucht. Geh mit in Berlin mit Restaurante in Europa.